Ihr Freund, Kevin, hat sich zum Essen eingeladen. Das ist Kevin. Kevin, sie können nicht kommen. Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. Das heißt, Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. Sie haben Zahn-Schmerzen und einen Arzt mit am Nachmittag. dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Kevin, ich bin zu wissen, dass wir uns die Frage. Wir haben uns auch ein bisschen über das Thema, weil wir uns einen googeln, dass wir die Frage, dass wir uns die Frage der Doktor in der Doktor, was wir uns in der Doktor in der Doktor. Wir haben uns die Frage, ob wir uns die Beobachtung haben, dass wir uns die Frage Wenn Sie nicht mehr wissen, dann können Sie nicht mehr wissen. Wenn Sie nicht mehr wissen, dann können Sie nicht mehr wissen. Schreiben Sie an Ihren Freund, der Gartenjot, nicht mehr. Danke für die Einladung. Für die Tingerdemo sagen Sie, dass Sie nicht können. Warum? Ich habe die Tingerdemo gesagt, dass Sie nicht mehr wissen können. Dann können Sie nicht mehr wissen. Entschuldigung, Sie können nicht mehr wissen. Sie können nicht mehr wissen. Wenn Sie nicht mehr wissen, dann können Sie nicht mehr wissen. Dann machen Sie die Anzeigen. Jetzt können Sie nicht mehr wissen, dass Sie nicht mehr wissen. Ich möchte die Anzeigen auf den Knoch auf die Tingerdemo zu schaffen. Wir wissen ja, dass Sie nicht mehr wissen. Ich kann nicht kommen, weil ich einen Arzttermin am Nachmittag habe, weil ich entschuldige mich dafür. Ein Bruder und die Bruder von Sebastian ist ein Bruder, Gebüge und Sebastian ist ein Bruder. Wie ist die erste Szen? Die erste Szen? Wir schauen uns zum Beispiel an, zum Beispiel bei Senn? Die erste Szen? Die erste Szen? Die erste Szen? Das ist die erste Szen? Die erste Szen? Die erste Szen? Sie haben die nächste Szen? Wir sind die Aufmerksamkeit und wir sind die Erklärung von der zweiten Seite. Wir sind die Erklärung von der ersten Seite. Wir können die letzten Jahre mit dem einen Wert abnehmen. Wir werden die Erklärung mit dem ersten Seite verfolgen. Wir wollen das erste, die wir jetzt an den ersten Seite verfolgen. weil ich wegen meiner Zahnschmerzen einen Arzttermin am Nachmittag habe. Ich habe den Bratwärtschen. Der Bratwärtschen hat den Bratwärtschen. Hallo, liebe Kevin, ich danke dir für die Einladung zum Essen. Ich habe mir gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht kommen. Weil ich wegen meiner Zahnschmerzen einen Termin am Nachmittag habe. Ich entschuldige mich dafür, dass ich viele große Zahnschmerzen und Zahnschmerzen und Zahnschmerzen habe. Ich bin der Bratwärtschen und ich bin der Bratwärtschmerzchen und ich bin der Bratwärtschmerzchen. und ich bin der Bratwärtschmerzchen.